Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanze vor Freude über den Asphalt, als wäre es ein Rhythmus, als gäbe es ein Lied. Wir als Organisationskomitee sind eigentlich sehr stolz darauf, dass wir in den letzten sieben Jahren in Brixen wirklich eine Veranstaltung aufgezogen haben, die einfach den Puls der Zeit total trifft. Wir laufen, wir haben Spaß, es geht nicht um Zeit, es geht nicht um Leistung. Es kann jeder mitmachen, jung, alt, sogar mit den Babyjogern, jungen Muttis, mit ihren Kindern. Und was wir immer wieder in unserem Fokus haben, ist der wohltätige Zweck. Wir spenden jedes Jahr einen gewissen Beitrag an eine bedürftige Frau im Raum Eisacktal, beziehungsweise in Südtirol. Und auch darauf sind wir sehr stolz und sind froh, dass immer wieder so viele Frauen unseren Ruf nachkommen und sich hier auf dem Domplatz treffen. 5 Euro der Einschreibergebühr kommt dem wohltätigen Zweck zu. Wir machen da mit. Das macht uns da so viel Spaß. Und da sind wir einfach die ganzen Frauen. Und das ist einfach eine große Motivation. Und wir können da unterstützen auch für einen guten Zweck. Beim Women's Land bin ich das erste Mal mitgelaufen. Es war toll, eine tolle Stimmung. Es war toll, weil es mein letzter Läderlauf war. Besonders war es heute. Musik Kein Ende in Sicht Kein Ende in Sicht An Tagen wie diesen Wünscht man sich schon in Endlichkeit An Tagen wie diesen Haben wir noch ewig Zeit Also es war voller cool Es hat mich voller gefreut, dass ich da auch mitmachen darf. Es war halt voller cool Erleben wir das Beste Kein Ende ist in Sicht Erleben wir das Beste Und kein Ende in Sicht 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 klassische